Nach sieben Monaten kommt der Altersrentenbescheid. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir stellen als Team von rentenbescheid24.de für viele Mandanten Rentenanträge, zum Beispiel für die Altersrente, für die Erwerbsminderungsrente oder aber auch für die hinterbliebenen Renten. Und wir stellen mit Erstaunen und auch leider mit Erschrecken fest, dass die Bearbeitungszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung immer länger dauern. Wir haben für unseren Mandanten im Juni 2020 einen Antrag auf eine Regelaltersrente rückwirkend zum 1.4.2020 gestellt. Wir haben die Rentenunterlagen schnell der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung gestellt. Die Deutsche Rentenversicherung hat immer grundsätzlich nur auf Druck von uns gearbeitet und hat das Verfahren aus unserer Sicht völlig unnötig verlängert. Und am 5. Januar 2021 kam dann der Rentenbescheid, den ich hier in meiner Hand halte. Und unser Mandant erhält rückwirkend zum 1.4.2021 seine Regelaltersrente. Die Deutsche Rentenversicherung hat sich 7 Monate Zeit gelassen, hier den Rentenbescheid zu bearbeiten und dann auch auszustellen. Wer selber kein eigenes Geld in der Tasche hat, muss ja vom Ersparten leben oder wenn er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 oder sowas hat, muss er dann möglicherweise Hartz IV beantragen. Und das sind für uns unerträgliche Zustände. Und leider erleben wir, dass immer mehr, dass die Deutsche Rentenversicherung sich immer mehr Zeit lässt bei der Bearbeitung von Altersrentenanträgen und auch Erwerbsminderungsrentenanträgen. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.